Morgen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lift Alive. Heute haben wir die National Predators gegen die Philadelphia Flyers. Und das letzte Spiel in dieser Woche ist ein Auswärtsspiel und wir sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Sind allerdings vor dem letzten Spiel auf dem Weg zum Meeting gewesen, haben dort dann eine Gruppe Kinder getroffen hinter einem Zaun. Und wie letztes Mal haben wir da natürlich Kacke gemacht. Letztes Mal haben wir versucht die Hand durchzustrecken, um die Autogramme zu geben. Jetzt wollte ich über den Zaun klettern, das ging wieder schief und wir haben wieder 15 Abzüge bekommen in verschiedenen Fähigkeiten. Aber das ist vollkommen egal. Hoffen wir, dass wir die auch heute so schlagen. Die National Predators in diesem Sonntagsspiel. Spiel 335 bei Lift Alive. Und das ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt. 335 Folgen. Also das hat schon was. Das hat schon was. So, komm. Kamalieri. Und, oh, der hätte doch irgendwie gleich so durchflutschen können. Jussi, Schweizer Nationalspieler, glaube ich. Truff. Kalimeter durchschlängeln. Haha, die Predators, die haben nicht den Hochrenner Chance. Tor 1-0. 2-51-41. Hahaha. Wie geil. Genau darauf habe ich abgezielt. Gleich von Anfang an. Druck, 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 Druck. Und schönes Ding. Ja gut. Torhüter wurde die Sicht genommen. Aber egal. Das wollte ich erreichen hier in der Bridgestone Arena. Und das macht sie im Predators natürlich jetzt umso schwerer. Vielleicht können wir gleich noch einen drauflegen. Boah, schön. Wie hat er die Scheibe behält? Und ich habe so das Gefühl, der wurde da nicht schlechter, sondern eher noch besser. Zumindest was hier die Scheibenführung angeht, ist er einfach wahnsinnig gerade. Alter. Alter. Was ist denn jetzt kaputt? Hier, Mensch. 2-0. Was ist los? Was machen die denn? Blattmann, wie entfesselt, hat er vielleicht diesen Unfall als Ansporn genommen, hier noch deutlicher zu werden. Und es steht schon 2-0, keine sieben Minuten gespielt. Und Blattmann, der zeigt, was er kann. Und das wohlgemerkt auf fremdem Eis. Ist das nicht krass? Wahnsinn. Aber irgendwie die Predators, die wirken hinten wie gelähmt. Das ist, da hast du keinen Gegenspieler, da ist alles. Du drehst deine Kreise auch, was pucktechnisch abgeht. Die können mich checken. Da ist das klebt im Moment. Wahnsinn. Halt, nee. 3-0. Wahnsinn. Was ist das? Nashville wird demontiert. Zehneinhalb Minuten gespielt. 0-3. Aus Sicht der Gastgeber ist das bitter. Hartnell kommt an die Scheibe, macht das Ding. Philadelphia ist entfesselt. Krass. Absolut krass. Und wohin soll das noch führen, wenn es jetzt schon 3-0 steht? Vorsichtig. Weg da. Kammerdiri sehr gut. Springen sie. Ah. Nee. Komm schon. Ah. Da gleich noch so 4-0 im ersten Drittel. Da haben sie gleich gelitten, die Predators. Ja, so läuft's, ne? Wahnsinn. Ich bin baff. Ja, natürlich sind die Fans da alles andere als amused. Schöner Gang. Heidewitzka, Kamerads. Hohoho. Was für ein Spiel. Wie geil. Ich bin gerade von mir selber überrascht, was hier abgeht. Aber, ja gut. Wenn's so ist, dann wieso nicht? Nashville kommt nicht ins Spiel aktuell. Jetzt vielleicht die Chance. Nein. Philadelphia hat seit ein paar Spielen überragend in der Defensive als auch in der Offensive. Richtig schwer gegen die Mannschaft zu spielen. Bei denen läuft einfach alles wieder seit einer kurzen Zeit. Die Down-Phase ist, glaube ich, überstanden. Das dürften alle zustimmen. 3-0 nach dem ersten Drittel. Was wir sonst eigentlich nur nach dem dritten Drittel vielleicht haben. Aber normalerweise war das erste Drittel ja immer fast torlos. Aber okay. Warum nicht? Da hab ich kein Problem mit. Fünf Siege, fünf Niederlagen heißt es für die Nashville Predators vor diesem Spiel. Und das sieht so aus, als würde sich hier die sechste Niederlage abzeichnen. Wenn man nicht komplett anders setzen diese zweiten 20 Minuten geht. Boah, schöner Check. Weg damit. Sehr gut. Komm jetzt raus. Sehr gut, krieg ich den. Nein. Josi ist dran. Schade. Bring den Dump in. Und dank des Jumping Pucks kriegen sie auch noch den Puck. Ach, das ist so geil. Da bin ich froh, wenn das verschwunden ist. Oh, 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 oh. Schön. Und, was können wir daraus machen? Das sieht gut aus. Oh, das gibt's doch nicht. Normalerweise klappt doch alles. Und jetzt kriegst du das Ding nicht rein. Schade. Und Perzo. Ich muss raus. Und ab dafür. Aber mit einem 3-0 ist man, glaube ich, gut bedient. Zumindest aus Sicht der Philadelphia Flyer. Und Nashville hat nicht mal so ein bisschen Glück, dass man per Zufall irgendwie den 1-3 erzielen kann. Weil das würde schon mal ein bisschen mehr Auftrieb wieder geben. Aber das sind noch sechs Minuten. Und dann haben wir auch die zweiten 20 Minuten gespielt. Und es steht weiterhin 3-0. Kamaliri ist wieder da. Da kommt Hartnell. Also kommen wir auch wieder rein. Smith, setz dich durch. Aber Mason. Ganz, ganz sicher. 3 Minuten 20. Vor Ende der zweiten Durchgang. So, komm, ab dafür. Ja, 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 ja. Oh, ich kann ihn nicht mitnehmen. Verteidiger sind schnell bei den Nashville Predators. Vorsichtig. Die Ruhe hat ihn schon. Komm. Verwirrungstaktik. Ah, damn it. Komm. Versuch war es wert. Wir hatten ja eh nicht mehr viel Zeit. 3-0 weiterhin. Keine weiteren Tore in diesem zweiten Drittel. Und wir warten auf die letzten 20 Minuten. Das könnte nochmal spannend werden. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass wir jetzt keine Tore erzielt haben. Und Nashville so ein bisschen mehr in die Offensive gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz. Wenn wir keine Treffer mehr zulassen oder nur einen noch machen, dann ist, glaube ich, das Ding hier erledigt. Und der Deckel ist drauf. Schiru, komm jetzt. Oh, jetzt bricht ihm der Schläger. Und? Oh, ich komme nicht dran. Perso. Weeber. Vorsichtig. Der ist immer mit Achtung zu genießen. Okay, sehr gut. Lässt zwar den Rebound zu, aber so, dass der eigene Mann drankommt, und bringen sie doch irgendwie vor's Tor. Wir fälschen den schon ab. Oh, schade. Go, 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 boys. Oh. Gute Defensivarbeit. Und das war knapp. Oh, 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 oh. Wie wir da durchgehen, Freunde. Ja, hau mich um da. Alter Vater. Ui, ui, ui. Ich muss raus. Vorsichtig, vorsichtig. Ui, 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 ui. Aber das sind nur noch 8,5 Minuten. Das heißt, wir könnten durchaus Glück haben und auch dieses Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Komm. Oh, macht er das Ding nicht rein. Stalberg. Die 6 Minuten noch. Geht er durch. Und das war gefährlich. Butler. Probiert's einfach mal. Vielleicht der Abfälscher da, aber nein. Es ist momentan einfach das Glück auf Seiten unserer Mannschaft. Also da kann im Moment wirklich kommen, was will. Es klappt einfach. Es kann nächste Woche schon wieder anders aussehen. Das kennen wir auch. Das wage ich auch nicht abzustreiten. Aber im Moment ist es einfach durch und durch positiv. Nächste Schuss Chance. Und das war es. Eine Minute noch. Da kann nicht mehr viel passieren. Abseits. Nächste Spiel. Das ist nicht mehr zu drehen für die Predators in der letzten halben Minute. Die haben also das Spiel in den ersten 20 Minuten verloren. Nicht mal 20 Minuten. Da war schon vorher der Ofen aus. Also da war genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. schnell agieren. Schnell zum Ziel. Und dann gleich Nashville so schwächen, dass sie keine Ambitionen mehr haben. Aua. Da irgendwas noch draus zu machen. Und das haben wir geschafft. Deshalb weiterhin unsere Philadelphia Flyers auf Siegeskurs. Ach, ich komme da nicht mehr durch. Komm. Ach, das gibt es doch nicht. Ich will unbedingt noch. Aber jetzt klappt es glaube ich nicht mehr. Jetzt ist zu wenig Zeit. Es sei denn, der schnelle Puck landet wieder in den Fingern von Jones. Ja, Freunde. Auch dieses Sonntagsspiel gewinnen wir mit 3 zu 0 gegen die Nashville Predators. Dank des hervorragenden ersten Drittels. Wir werden jetzt gleich unseren Spieler noch ein bisschen aufwerten, auf die Statistiken gucken und dann ist die Woche schon wieder vorbei. Bis gleich, Freunde. Dankeschön. 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 So, au, am Montag geht es dann los gegen die Winnipeg Jets. Auch wieder eine interessante Mannschaft. Ich gucke gleich noch, gegen wen wir vielleicht noch so spielen. Dann wissen wir, wie es nächste Woche noch so aussieht bei unseren Spielen. Was sagt er? Siegesserie, Rest der Liga. No, was weiß ich. Wir haben im Moment Unglück, langsam Arbeitsmoral. So, das kam letztes Mal auch gut an. Also kommt das jetzt auch gut an. So, gegen die Winnipeg Jets. Gegen Vancouver, gegen San Jose. Oh, wir spielen das All-Star-Spiel noch. Wie geil ist das denn? Die Frage ist nur, sollte ich dann vielleicht schon beim All-Star-Spiel beenden, dieses Projekt? Das wäre natürlich auch eine Überlegung wert, ne? Das dann mit dem All-Star-Spiel quasi beenden. Das heißt, wir hätten noch drei, ne, vier. Vier Spiele hätten wir noch. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei der Nummer 35. Bisher wären wir dann 39 und 40 der Abschluss. Ich muss mal überlegen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr es gut finden, wenn ich mit dem All-Star-Game, was ich ja wahrscheinlich 100 pro spielen werde, wenn ich damit dann dieses Projekt beende und dafür noch ein anderes Projekt anfange bis September? Das überlasse ich euch. Schreibt's mir die Gummis. Und wir werden hier noch ein bisschen aufwerten. Punkt Kontrolle, die werde ich noch mal hochbringen. In der Verteidigung, ähm, defensives Bewusstsein, Kampffähigkeit, Schussblocken und in der Athletik, da sind wir mittlerweile auch richtig krass, widerstandsfähig und alles. Also das passt eigentlich, was wir hier haben. Haben wirklich uns gut nach oben gearbeitet, viel gemacht, viel getan. Ja, Mason weiterhin ein guter Torhüter mit 1,12 gegen Tonnen pro Spiel. Peter Budai von den Calgary Flames mit 94,24 Prozent, der sicherste Torhüter. Mason, der mit den meisten Siegen. Blattmann, schon 83 Punkte, das ist der absolute Hammer. Dieses Jahr läuft's einfach Bombe. Wir haben auch die meisten Assists, also neun Assists mehr als Bayi von den Calgary Flames. Wir haben die meisten Tore vor Giroud, der auch in unserem Team spielt. Also im Moment ist einfach wirklich alles hervorragend. Wir haben die Philadelphia Flyers, dahinter die New York Rangers, Carolina, Columbus, Washington, New York, äh, New Jersey, New York und Pittsburgh. In der Atlantic Division haben wir Toronto, dahinter Montreal, Detroit, Ottawa, Tampa Bay, Florida, Boston und Buffalo. Ja, Freunde, das war's für diese Woche. Wie gesagt, es wäre für mich eigentlich auch geil, wenn wir mit 340 dann beenden, also 339 plus das Abschiedsvideo dann 340. Ich finde, mit diesem All-Star-Game wäre es eigentlich auch ein gelungenes Ende. Dann müsste man das nicht irgendwie so mitten in der Saison beenden. Ich würde mich freuen, wenn ich es von euch in den Kommentaren lesen würde. Und ansonsten verabschiede ich mich. Morgen geht's dann weiter und es sind dann vielleicht nur noch vier Spiele. Wir werden's wissen vielleicht bald. Bis dahin, euer Bloody LP.